Läuft da was zwischen Caro Dauer und dem Milliardärssohn Frederik Arno? Caro zählt zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Über sein Privatleben postet das Social-Media-Sternchen jedoch generell eher wenig. Die Beziehung zwischen der 28-Jährigen und Tommy Schmidt soll Geschichte sein. Bandelt die Beauty nun mit einem anderen Mann an? Die Rede ist von Frederik Arno, dem jüngsten Sohn des Unternehmers Bernard Arno. Caro postet in den vergangenen Wochen gleich mehrere Pics, auf denen sie und der Luxuserbe zu sehen sind. Ein Insider meint laut Medienberichten, dass es zwischen den beiden mächtig knistern soll. Ob die zwei tatsächlich mehr als nur Freunde sind? Das zeigt sich wohl in den kommenden Monaten.